Nach dem schockierenden Vorfall in Solingen, der gerade immer noch ganz Deutschland den Atem raubt, wirklich unglaublich, was dort passiert ist, stehen nun nach und nach immer mehr Soziologen auf, in die eine, aber auch genauso gut in die andere Richtung. Beim ÖER, beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, beim Phoenix, hat nun ein Soziologe davor gewarnt, dass das der AfD helfen könnte. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier müssen mehrere Menschen ihr Leben abgeben, wegen der verfehlten Politik. Und Soziologen warnen jetzt davor, dass das die AfD zu stark machen könnte. Also da zeigen sich wirklich mal die Prioritäten. Diesen Leuten geht es am Ende des Tages um ihre Posten, dass sie weiterhin in den Regierungen bleiben und weiterhin gutes Geld kassieren. Das ist einfach ein riesiger Skandal. Die Junge Freiheit hat hierzu gerade eben schon geschrieben, wer instrumentalisiert hier eigentlich was? Im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk lässt sich ein einschlägig bekannter Soziologe aus der linken Szene darüber aus, wie man mit dem Terror jetzt umgehen soll und wer auf keinen Fall profitieren darf. Na, was denken Sie? Wer darf auf keinen Fall profitieren? Die ach so schlimme AfD, die dürfen auf keinen Fall profitieren. Also hier zeigt sich auch mal wieder beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk bei Phoenix vor Ort, welche Leute, die da einladen. Weil es gibt natürlich auch Soziologen, die sagen mal ganz klar, jetzt ist Schluss. Es muss endlich mal was getan werden. Ja, es reicht doch endlich mal. Weil dieser Soziologe, was er genau gesagt hat, schauen wir uns hier auch noch an. Junge Freistaat weiter. Von Solingen, der Soziologe und Rechtsextremismusforscher Matthias Quent hat am Montag im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Phoenix mit Blick auf den mutmaßlichen Terroranschlag von Solingen mutmaßlich, also vor allem Erstarken der AfD gewarnt, zwar habe die Partei durch das Erstarken der demokratischen Protestpartei BSW, also die sind anscheinend eine demokratische Partei hier, und die vermeintlichen Potsdam-Ethüllungen zwischenzeitlich in den Umfragen abgebaut. Doch das dreht sich inzwischen wieder zugunsten der AfD. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Gewalt hat mit drei Toten und acht Schwerverletzten seien die Radikalisierungsunternehmer von rechts sehr fleißig gewesen, die Tat politisch zu instrumentalisieren. Und ich weiß gar nicht, ob sich dieser Soziologe, der Herr Quent, selbst zugehört hat bei dem, was er sagt. Aber wenn er jetzt sagt, dass die AfD oder die Rechten das benutzen, um stärker zu werden, dann macht er doch das Gleiche. Er instrumentalisiert das Thema, um eine Warnung dafür auszusprechen, dass die AfD das Ganze ausnutzt. Und natürlich, die AfD, vor allem Herr Höcke, hat das Ganze sozusagen instrumentalisiert, aber er hat eigentlich ja nur wirklich mal die Realität angesprochen. Und dann ist das auch keine Instrumentalisierung, dann ist das das klare Benennen. Und zwar die aktuelle Regierung, die kriegt das einfach nicht gebacken. Und wenn dann solche Soziologen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, generell bei den ganzen Mainstream-Medien eingeladen werden, brauchen Sie sich nicht wundern. Ich meine, es war eine Hard Aber Fair-Sendung vor der Wahl in Solingen. Wir brauchen uns bloß mal die Gäste anschauen. Kathrin Göring-Eckardt hat es auf ihrem Profil gepostet. Die Gäste bei Hard Aber Fair waren hier zum einen Sebastian Fiedler für die SPD, Göring-Eckardt für die Grünen, Bosbach für die CDU. Nach Solingen, vor den Wahlen. Diese Politiker werden bei Hard Aber Fair eingeladen. SPD unter 5% im Osten in den Umfragen. Grüne massiv unter 5%. Union schwächer wie die AfD. Ich meine, was ist mit diesen Umfragen? Wo ist eine BS, wo ist ein BSW? Wo ist eine Sarah Wagner? Wo ist jemand von der AfD? Wo ist eine Hörke? Wo sind diese beiden Parteien? Die werden totgeschwiegen. Und das reiht sich perfekt in den Artikel ein, den ich hier teilweise zitiert habe von der Jungen Freiheit, da hier einfach die falschen Prioritäten gesetzt werden. Und diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn jetzt eine Göring-Eckardt einladen, die unter 5% steht, sowas kann einfach keiner mehr ernst nehmen.